Ja? Warte, du hast klein begonnen, mich zu flonden, dass CT dazwischen gemacht hat. Wie gesagt, du hast auch CT geflontet damit. Und dann musst du auch automatisch damit rechnen. Und vielleicht hat CT auch einfach noch Spaß gemeint. Weißt du das? Hat er, ja. Das ändert trotzdem nichts daran, dass er mich verletzt hat.